Dankeschön. Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Kabarett und Kleinkunst hier bei uns im Studio. Ich darf wieder Gäste begrüßen und zwar Gäste, die noch lange nicht so bekannt sind, wie sie es eigentlich verdient hätten. Und Sie wissen, wer in diesem Land bekommt schon das, was er verdient hat. Sehen Sie, der eine verdiente Tracht Prügel kriegt stattdessen einen fetten Ehrensold. Der andere reiben Sie an der Front im Krankenhaus, im Altersheim auf und was bekommen Sie statt einer Lohnerhöhung? Einen kleinen Inflationsausgleich. 6,5 Prozent mehr Lohn im öffentlichen Dienst, das hört sich super an, ist aber auf zwei Jahre verteilt. Im ersten Jahr begibt es nur 3,5 Prozent mehr. Und wenn Sie davon mal die Sozialversicherungsbeiträge und die Steuern abziehen, da landen Sie bei knapp über 2 Prozent netto mehr für die Menschen. Und das ist genau unsere Inflation. Das heißt, der ganze Arbeitskampf im öffentlichen Dienst, inklusive Warenstreiks, hat gerade mal dazu geführt, dass die Menschen nicht weniger im Portemonnaie haben, als im Jahr davor. Das nennen die dann in der Presse einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Und den muss man auch genommen haben, um sowas schreiben zu können. Als Ausgleich bekommt das Volk dafür den Bundespräsidenten, den es gewollt hat, den Bundespräsidenten der Herzen. Ich hätte ja so gerne mal einen fürs Hirn gehabt, aber... Mehrheit ist Mehrheit und das ist in der Demokratie auch gut so. In Deutschland geht Pathos immer noch vor Inhalt, meine Damen und Herren. Und jemand wie der Gauck, der das Pathos so schön knattern lassen kann, der muss sich einfach gar keine Sorgen um den Inhalt machen. Sehen Sie, mit Bestrahlung tötet man Tumorzellen. Mit Ausstrahlung tötet man Hirnzellen. Und Leute wie der Gutenberg und der Gauck, die sind dem Volk beliebt, weil die haben diese Ausstrahlung. Da achtet überhaupt keiner drauf, was die sagen. Sehen Sie, so ein Westerwelle, der hat nie eine Ausstrahlung gehabt. Da hören die Leute zu und die gruseln sich. Der Westerwelle hat doch in seinen besten Augenblicken gewirkt, wie so verkrampfter Oberstufensprecher. Und deshalb hier der Generationswechsel in der FDP. Jetzt haben Sie diesen Unterstufensprecher genommen. Da musste man sie erst mal umstellen. Ich meine, die Westerwelle konnte man hassen. Den Rösler wollte man spontan ja erst mal so in den Arm nehmen. Dieser Bambi-Effekt. Komm, kleiner, das ist alles nicht so schlimm. Das wird schon. Du wächst noch, was man so erzählt, wenn man einprüsst. Aber jetzt nach einem Jahr wissen wir, der wächst nicht mehr. Auch nicht an seiner Aufgabe. Seinen Doktortitel hat er noch. Aber nur, weil die Doktorarbeit von Rösler so dünn ist, dass er da nicht mal ein Plagiat drin verstecken könnte. Der Rösler glaubt, er hat die Merkel bei der Präsidentenwahl über den Tisch gezogen. Alles, was der erreicht hat, der hat die doch jetzt am Hals. Die Merkel ist doch in solchen Situationen völlig souverän. Die hat doch im Fall Gauck wieder eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht an ihrer Meinung hängt. Die Merkel, die hat doch diese geniale Eigenschaft. Wenn alle vor ihr stehen, auf sie einreden, schimpfen und tobeln, dann dreht die Merkel sie um und sagt, die stehen hinter mir. Sie hat erst gedacht, es nützt ihr, wenn sie den Gauck verhindert. Und dann hat sie gemerkt, es nützt ihr mehr, wenn sie den Gauck an die Macht bringt. Dabei interessiert die Merkel doch überhaupt nicht, was der Gauck innerlich zu bieten hat. Und es ist auch völlig unwichtig. Und der Gauck hat bei seiner Antrittsrede gesagt, er könne nicht alle Erwartungen erfüllen. Vielleicht erfüllt er auch nicht alle Befürchtungen. Das ist meine Hoffnung. Aber dann habe ich das erste Interview gelesen, da ging es direkt los. Er will die Bürger mit der Politik versöhnen. Ja, unser pathoslogischer Allgemeinplätzchen-Bäcker will die Bürger mit der Politik versöhnen. Das ist sehr rührend. Herr Gauck, mit welcher Politik wollen Sie mich denn da versöhnen? Mit der Politik von Merkel oder mit der von Rösler? Die NPD macht auch Politik, oder? Und die Bild-Zeitung? Pastor Gauck, Sie können über Wasser gehen. Sie werden mich mit der Politik von NPD und Bild-Zeitung genauso wenig versöhnen können wie der von Merkel und Rösler. Das ist doch wieder mal Quatsch. Das ist doch genau dieses Gesabber. Bürger mit der Politik versöhnen. Der Gauck beherrscht von Natur aus diesen verbalen Durchfall, mit dem die Medien ständig unsere Hirne fluten, meine Damen und Herren. Aber der eine Hohlkopf schreibt das vom anderen ab. Genau wie die Politikverdrossenheit. Diese ewige Rede von der Politikverdrossenheit der Deutschen. Sehen Sie, wenn jemand nicht mehr zur Wahl geht, dann heißt das doch nicht, dass er Politikverdrossen ist. Dann heißt das, dass er nicht das Gefühl hat, da noch irgendeine Wahl zu haben. Vor allem die jungen Leute, die jungen Leute, die sind ja nur noch politikverdrossen. Die interessieren sich ja für gar nichts mehr, außer für das nächste Veräppel-Produkt. Deshalb engagieren die jungen Leute sich ja auch bei Attack oder bei Demos gegen Stücke 21 oder bei der Occupy-Bewegung, weil die so desinteressiert sind. Aber wenn Sie als junger Mensch bei Occupy engagieren und gegen den Finanzkapitalismus demonstrieren, dann müssen Sie sich von diesem Gaukler, der uns mit der Politik versöhnen will, anhören, dass solche Demonstrationen unsäglich albern sind. Sie sollen sich nämlich mit der Politik versöhnen, nicht selber darüber nachdenken. Hier ist keiner Politikverdrossen. Wir sind Politikerverdrossen, meine Damen und Herren. Und das völlig zu Recht. Unsere Politiker werfen sich regelmäßig von der Oppositionsbank aus das vor, was sie selber machen, wenn sie auf der Regierungsbank sitzen. Und jetzt bilden sie alle aus Angst eine Wagenburg gegen die Piraten. Von denen haben sie Angst, denn da wird richtig diskutiert. Und das kann der deutsche Politiker gar nicht ertragen. Wissen Sie, was das Lustigste an der immer panischer werdenden Reaktion auf die Erfolge der Piraten in den Umfragen ist? Menschen, die ja im ganzen Leben noch nie ein einziges Wahlprogramm gelesen haben, die schimpfen darüber, dass die Piraten keines haben. Ich weiß nicht, was sie beim letzten Mal gewählt haben. Ich will das auch nicht wirklich wissen. Aber ich wette mit Ihnen, wenn ich Sie jetzt frage, was die von Ihnen favorisierte Partei in Ihrem letzten Wahlprogramm zum Thema Bildung zu sagen hat, da können Sie nur mit den Schultern zucken. Kein Mensch liest Wahlprogramme. Aber die Piraten sollen gefälligst eines haben, damit der Deutsche sagen kann, so was lese ich nicht. Man hat uns daran gewöhnt, Gesichter zu wählen, keine Inhalte. Und etwas Inhaltslehreres als Merkel gibt es überhaupt nicht mehr. Die Frau hat dann noch bei jedem Thema nach ein paar Jahren das Gegenteil von dem getan, was sie vorher vertreten hatte. Wehrpflicht, Hauptschule, Mindestlohn, Rettungsschirm. Immer nach ein paar Jahren sagt sie, nee, wir machen das jetzt doch anders. Sehen Sie, wenn die Merkel das nächste Mal was vorstellt, soll man einfach sagen, Frau Merkel, prima, dann machen wir doch gleich das Gegenteil von dem, was Sie vorschlagen. Dann sind wir langfristig auf der sicheren Seite. Meine Damen und Herren, manche Rätsel lösen sich ja erst mit der Zeit. Zum Beispiel haben Sie sich nicht auch schon mal gefragt, wo die ganzen Milliarden geblieben sind, die wir in die Abwrackprämie gepumpt haben, um diese Automobilindustrie zu retten in der großen Krise 2009. 17 Millionen von dieser Abwrackprämie, die wir ja mit Milliarden neuer Schulden finanziert haben, sind jetzt wieder aufgetaucht. Ja, bei VW-Chef Martin Winterkorn als Jahresgehalt. 17 Millionen Jahresgehalt für die Winterkorn. Für das Geld hätte VW dem Wulf 85 Jahre lang den Ehrensold auszahlen können. Und das wäre doch eigentlich angemessen gewesen, oder? So als kleines Dankeschön für die Abwrackprämie. Und der Ehrensold ist im Falle Wulf doch auch so eine Art Abwrackprämie. Aber so ist das in der freien Wirtschaft. Sehen Sie, wenn die Konzerne und die Bank in den Schwierigkeiten sind, dann muss der Steuerzahler ran. Sobald die wieder richtig Kohle verdienen, dann trösten wir uns damit, dass sie jetzt ja auch wieder Steuern zahlen. Denn der Winterkorn, der muss ja inklusive Soli- und Reichensteuer, muss der ja von den 17 Millionen fast die Hälfte abgeben. Jetzt stellen Sie mal vor, Sie müssen 8,5 Millionen Euro an den Fiskus überweisen. Da kommen einem schon die Tränen, oder? Wenn eben nur 8,5 Millionen netto überbleiben von dem, wofür die Arbeiter am Band geschuftet haben. Und damit bei VW keine Neiddebatte aufkommt, hat VW sich nicht lumpen lassen. Die haben auch an alle anderen Mitarbeiter eine Prämie ausgeschüttet. 7.500 Euro, also nicht für alle. Das wäre ja gerecht. Und so weit kommt das in Deutschland noch. Nein, die Festangestellten, die haben 7.500 Euro Prämie bekommen. Wenn sie als Leiharbeiter für VW schuften, da bekommen sie zum Ausgleich dafür, dass sie weniger Geld verdienen als die Festangestellten, auch keine Jahresprämie. Denn der kleine Mann hat längst den ganz kleinen Mann im Niederschlund-Sektor unter sich. Denn der kleine Mann muss motiviert werden. Er muss ja produktiv sein. Er muss ja die Aktionäre bei Laune halten. Er muss sie ernähren. Und er muss natürlich auch das Geld verdienen, das den Vorstandsbossen und diversen brasilianischen Mütten in ihre Körperöffnung geschoben wird. Er muss gleichzeitig mit seinen Steuern noch die Rettungspakete bezahlen, die seinen eigenen Arbeitsplatz retten sollen. Die Abfragprämie muss der kleine Mann ja auch mit Steuern bezahlen. Und die Abfragprämie wurde nötig, weil Casino-Kapitalisten bei den Banken sich verspekuliert hatten. Und die Schulden, die wir machen mussten, um die Banken zu retten, die muss der kleine Mann mit seinen Steuern ja auch noch bezahlen. Also der kleine Mann muss sich selbst ernähren. Er muss die Aktionäre bei Laune halten. Gleichzeitig muss er mit seinen Steuern seinen eigenen Arbeitsplatz sichern helfen. Und die Bankenschmorazer auch noch retten. Das ist der ganz normale Wahnsinn, meine Damen und Herren. Ja, sind Sie auch so beruhigt? Die eiserne Kanzlerin hat den Fiskalpakt in Europa durchgedrückt. Jetzt ist ja alles gut, jetzt kann ja nichts mehr passieren. Denn wir kriegen eine Schuldenbremse. Was bremst so eine Schuldenbremse eigentlich? Schulden? Ich meine, nach der Logik müsst ihr eine Handbremse die Hand bremsen. Ich kann Sie beruhigen, eine Schuldenbremse bremst überhaupt nichts. Die soll doch nichts bremsen. Die soll was beschleunigen. Die Schuldenbremse beschleunigt das Wachstum in Europa. Das ist ihre Aufgabe. Sehen Sie, wir beschleunigen das Wachstum durch eine Vollbremsung. Das ist noch bescheuerter, als es klingt. Aber Sie brauchen keine Angst haben. Es gibt ja gar keinen Fiskalpakt. Nein, es ist ein Fiktivpakt. Die Euro-Länder haben der Merkel und nur versprochen, keine neuen Schulden zu machen, weil Mutti sonst den Rettungsschirm nicht aufgespannt hätte. Sehen Sie, dieser Fiskalpakt, das ist der schönste Versprecher, den ich je im Radio gehört habe, meine Damen und Herren. Das ist mein neues Lieblingswort. Der Fiskalpakt, den muss man sich so vorstellen, als wenn Ihnen ein Alkoholiker verspricht, nie wieder einen Schluck zu trinken, wenn Sie ihm endlich was zu essen geben. In diesem Fiskalpakt stehen 40 Ausnahmen, unter denen man doch noch neue Schulden machen darf. Und das ist ja auch richtig so. Denn sonst wäre der Kapitalismus doch am Ende. Wenn die Länder überhaupt keine neuen Schulden mehr machen, wo sollen denn die Kapitalisten, also die Anleger, dann ihr Geld noch anlegen? Wo soll das Geld dann arbeiten? Ich bitte Sie, Geld muss da arbeiten, oder? Das ist ja auch einer von diesen schwachsten Sprüchen, die wir immer hören. Geld muss arbeiten. Haben Sie schon mal versucht, eine 50-Euro-Scheine Schippe in die Hand zu drücken? Geld kann nicht arbeiten. Arbeiten müssen immer Menschen, um die Zinsen zu erwirtschaften, von denen die Anleger leben. Und Anleger sind es wieder alle. Sie haben eine Altersversorgung, eine private. Wenn Sie keine Riester-Rente haben, haben Sie zumindest eine Lebensversicherung. Das Geld muss doch angelegt werden, oder? Und wissen Sie eigentlich, dass unsere Versicherungsgesellschaften, um die Garantieverzinsung nicht zu gefährden, gesetzlich verpflichtet sind, 90 Prozent von allem, was Sie da einzahlen, in sichere Staatsanleihen anzulegen? Die Deutschen sparen jedes Jahr Milliarden von Euro in Lebensversicherungen. Haben Sie mal eine Sekunde lang darüber nachgedacht, wo das Geld überhaupt noch angelegt werden soll, wenn die Staaten tatsächlich keine neuen Schulden mehr machen? Denken Sie lieber nicht darüber nach. Sie würden die Politiker völlig verunsichern. Das ist ja das Tolle, dass der Kapitalismus längst von einem schnöden Wirtschaftssystem zu einer Religion mutiert ist. Und eine Religion muss man nicht begreifen, die muss man einfach nur glauben. Sie sehen Sie, Europa und die USA haben dieselbe Wirtschaftskrise und dieselbe Schuldenproblematik. Aber wir in Europa sparen und sparen und sparen und die Amerikaner machen neue Schulden ohne Ende. Die Merkel erzählt uns von morgens bis abends, die Sparpakete sind alternativlos. Und der Obama lacht sich kaputt und macht neue Schulden. Das Gegenteil von dem, was uns helfen soll, hilft den Amerikanern bei der gleichen Krankheit. Das ist Wahnsinn. Der Obama hat dieses Jahr 700 Milliarden Euro neue Schulden gemacht. Letztes Jahr auch. Der macht jedes Jahr so viele neue Schulden, in einem Jahr neue Schulden, wie Griechenland, Spanien und Portugal in 40 Jahren an Staatsschulden insgesamt aufgehäupt haben. Aber die Amerikaner müssen keine Strafzinsen zahlen. Nein, die Amerikaner kriegen immer Geld geliehen, weil die haben eine Armee, die kommen sich das Geld sonst holen. Der Finanzkapitalismus weltweit und vor allem die amerikanische Währungspolitik haben sich längst komplett von dem abgekoppelt, was in der Realwirtschaft überhaupt möglich ist. Aber das ist das Tolle am Kapitalismus. Der ist so organisiert, dass die einen daran verdienen dürfen und die anderen daran glauben müssen. Und daran glauben müssen die, die das Geld erwirtschaften müssen, dass die bekommen, die es nicht verdient haben. Das ist ganz einfach. Die kleinen Leute müssen jedes Jahr noch produktiver arbeiten, um die Riesengewinne zu erwirtschaften und noch produktiver und noch produktiver im Niedriglohnsektor. Dabei habe ich nie verstanden, was Produktivität und all dieses ewige immer höher, schneller, weiter und noch mehr mit einem natürlichen Leben zu tun hat. Sehen Sie, so ein Löwe. Der jagt eine Antilope, dann frisst er die, und dann legt er sie schön in der Sonne und genießt das Leben. Das ist ein Leben. Der Löwe kommt doch nicht auf die Idee zu sagen, Moment mal, ich habe für die Antilope jetzt gerade 10 Minuten gebraucht. Wenn ich mich ranhalte, schaffe ich heute noch 6. Da kann ich morgen frei machen. Der Löwe ist doch nicht blöd. Der hat doch nicht BWL studiert. Der Löwe weiß ganz genau, an seinem freien Tag wird er einen Kühlschrank bauen müssen, um die Antilopen frisch zu halten. Und am nächsten Freitag muss er noch mehr Antilopen jagen, die er dann eintauscht gegen den Strom, um den Kühlschrank zu betreiben. Deshalb liegt der Löwe in Ruhe, in der Sonne und genießt das Leben. Nur der Mensch, der lässt sich einreden, dass er jedes Jahr noch mehr Antilopen pro Tag erlegen muss, um sich jedes Jahr auch noch das neueste Kühlschrankmodell leisten zu können, meine Damen und Herren. Das sind wir hier. Nun ja. Ja, meine Damen und Herren. Das war's schon wieder heute Abend hier bei Pispos und Gäste. Heute Abend... Dankeschön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Kabarett und Kleinkunst hier bei uns im Studio. Ich darf wieder Gäste begrüßen. Und zwar Gäste, die noch lange nicht so bekannt sind, wie sie es eigentlich verdient hätten. Und Sie wissen, wir in diesem Land bekommen schon das, was er verdient hat. Sehen Sie, der eine verdiente Tracht Prügel kriegt stattdessen einen fetten Ehrensold. Der andere... Die anderen reiben Sie an der Front im Krankenhaus, im Altersheim auf und was bekommen Sie? Statt einer Lohnerhöhung einen kleinen Inflationsausgleich. 6,5% mehr Lohn im öffentlichen Dienst, das hört sich super an, ist aber auf zwei Jahre verteilt. Im ersten Jahr begibt es nur 3,5% mehr. Und wenn Sie davon mal die Sozialversicherungsbeiträge und die Steuern abziehen, da landen Sie bei knapp über 2% netto mehr für die Menschen. Und das ist genau unsere Inflation. Das heißt, der ganze Arbeitskampf im öffentlichen Dienst, inklusive Warenstreiks, hat gerade mal dazu geführt, dass die Menschen nicht weniger im Portemonnaie haben, als im Jahr davor. Das nennen die dann in der Presse einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Und den muss man auch genommen haben, um sowas schreiben zu können. Als Ausgleich bekommt das Volk dafür den Bundespräsidenten, den es gewollt hat, den Bundespräsidenten der Herzen. Ich hätte ja so gerne mal einen fürs Hirn gehabt, aber... Mehrheit ist Mehrheit und das ist in der Demokratie auch gut so. In Deutschland geht Pathos immer noch vor Inhalt, meine Damen und Herren. Und jemand wie der Gauck, der das Pathos so schön knattern lassen kann, der muss sich einfach gar keine Sorgen um den Inhalt machen. Sehen Sie, mit Bestrahlung tötet man Tumorzellen. Mit Ausstrahlung tötet man Hirnzellen. Und Leute wie der Gutenberg und der Gauck, die sind im Volk beliebt, weil die haben diese Ausstrahlung. Da achtet überhaupt keiner drauf, was die sagen. Sehen Sie, so ein Westerwelle, der hat nie eine Ausstrahlung gehabt. Da hören die Leute zu und die gruseln sich. Der Westerwelle hat doch in seinen besten Augenblicken gewirkt wie so verkrampfte Oberstufensprecher. Und deshalb, ja der Generationswechsel in der FDP ist, haben Sie diesen Unterstufensprecher genommen. Da musste man sie erst mal umstellen. Ich meine, die Westerwelle konnte man hassen. Den Rösler wollte man spontan ja erst mal so in den Arm nehmen. Dieser Bambi-Effekt. Komm, Kleiner, das ist alles nicht so schlimm, das wird schon. Du wächst noch, was man so erzählt, wenn man einflüsst. Aber jetzt nach einem Jahr wissen wir, der wächst nicht mehr. Auch nicht an seiner Aufgabe. Seinen Doktortitel hat er noch, aber nur, weil die Doktorarbeit von Rösler so dünn ist, dass er da nicht mal ein Plagiat drin verstecken könnte. Der Rösler glaubt, er hat die Merkel bei der Präsidentenwahl über den Tisch gezogen. Alles, was der erreicht hat, der hat die doch jetzt am Hals. Die Merkel ist doch in solchen Situationen völlig souverän. Die hat doch im Fall Gauck wieder eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht an ihrer Meinung hängt. Die Merkel, die hat doch diese geniale Eigenschaft. Wenn alle vor ihr stehen, auf sie einreden, schimpfen und toben, dann dreht die Merkel sie um und sagt, die stehen hinter mir. Sie hat erst gedacht, es nützt ihr, wenn sie den Gauck verhindert. Und dann hat sie gemerkt, es nützt ihr mehr, wenn sie den Gauck an die Macht bringt. Dabei interessiert die Merkel überhaupt nicht, was der Gauck innerlich zu bieten hat. Und es ist auch völlig unwichtig. Und der Gauck hat bei seiner Antrittsrede gesagt, er könne nicht alle Erwartungen erfüllen. Vielleicht erfüllt er auch nicht alle Befürchtungen. Das ist meine Hoffnung. Aber dann habe ich das erste Interview gelesen, da ging es direkt los. Er will die Bürger mit der Politik versöhnen. Ja, unser pathoslogischer Allgemeinplätzchen-Bäcker will die Bürger mit der Politik versöhnen. Das ist sehr rührend. Herr Gauck, mit welcher Politik wollen Sie mich denn da versöhnen? Mit der Politik von Merkel oder mit der von Rösler? Die NPD macht auch Politik, oder? Und die Bild-Zeitung? Pastor Gauck, Sie können über Wasser gehen. Sie werden mich mit der Politik von NPD und Bild-Zeitung genauso wenig versöhnen können wie der von Merkel und Rösler. Das ist doch wieder mal Quatsch. Das ist doch genau dieses Gesabber. Bürger mit der Politik versöhnen. Der Gauck beherrscht von Natur aus diesen verbalen Durchfall, mit dem die Medien ständig unsere Hirne fluten, meine Damen und Herren. Aber der eine Hohlkopf schreibt es vom anderen ab. Genau wie die Politikverdrossenheit. Diese ewige Rede von der Politikverdrossenheit der Deutschen. Sehen Sie, wenn jemand nicht mehr zur Wahl geht, dann heißt das doch nicht, dass er Politikverdrossen ist. Dann heißt das, dass er nicht das Gefühl hat, da noch irgendeine Wahl zu haben. Vor allem die jungen Leute. Die jungen Leute, die sind ja... Die jungen Leute sind ja nur noch Politikverdrossen. Die interessieren sich ja für gar nichts mehr, außer für das nächste Veräppel-Produkt. Deshalb engagieren die jungen Leute sich auch bei Attack oder bei Demos gegen Stücke 21 oder bei der Occupy-Bewegung, weil die so desinteressiert sind. Aber wenn Sie als junger Mensch bei Occupy engagieren und gegen den Finanzkapitalismus demonstrieren, dann müssen Sie sich von diesem Gaukler, der uns mit der Politik versöhnen will, anhören, dass solche Demonstrationen unsäglich albern sind. Sie sollen sich nämlich mit der Politik versöhnen, nicht selber darüber nachdenken. Hier ist keiner Politik verdrossen. Wir sind Politiker verdrossen, meine Damen und Herren. Und das völlig zu Recht. Unsere Politiker werfen sich regelmäßig von der Oppositionsbank aus das vor, was sie selber machen, wenn sie auf der Regierungsbank sitzen. Und jetzt bilden Sie alle aus Angst eine Wagenburg gegen die Piraten. Von denen haben Sie Angst, denn da wird richtig diskutiert und das kann der deutsche Politiker gar nicht ertragen. Wissen Sie, was das Lustigste an der immer panischer werdenden Reaktion auf die Erfolge der Piraten in den Umfragen ist? Menschen, die ja im ganzen Leben noch nie ein einziges Wahlprogramm gelesen haben, die schimpfen darüber, dass die Piraten keines haben. Ich weiß nicht, was Sie beim letzten Mal gewählt haben. Ich will das auch nicht wirklich wissen. Aber ich wette mit Ihnen, wenn ich Sie jetzt frage, was die von Ihnen favorisierte Partei in Ihrem letzten Wahlprogramm zum Thema Bildung zu sagen hat, dann können Sie nur mit den Schultern zucken. Kein Mensch liest Wahlprogramme, aber die Piraten sollen gefälligst eines haben, damit der Deutsche sagen kann, sowas lese ich nicht. Man hat uns daran gewöhnt, Gesichter zu wählen, keine Inhalte. Und etwas Inhaltslehreres als Merkel gibt es überhaupt nicht mehr. Die Frau hatte noch bei jedem Thema nach ein paar Jahren das Gegenteil von dem getan, was sie vorher vertreten hatte. Wehrpflicht, Hauptschule, Mindestlohn, Rettungsschirm. Immer nach ein paar Jahren sagt sie, wir machen das jetzt doch anders. Sehen Sie, wenn die Merkel das nächste Mal was vorstellt, soll man einfach sagen, Frau Merkel, prima, dann machen wir doch gleich das Gegenteil von dem, was Sie vorschlagen. Da sind wir langfristig auf der sicheren Seite. Meine Damen und Herren, manche Rätsel lösen sich ja erst mit der Zeit. Zum Beispiel haben Sie sich nicht auch schon mal gefragt, wo die ganzen Milliarden geblieben sind, die wir in die Abwrackprämie gepumpt haben, um diese Automobilindustrie zu retten in der großen Krise 2009? 17 Millionen von dieser Abwrackprämie, die wir ja mit Milliarden neuer Schulden finanziert haben, sind jetzt wieder aufgetaucht. Ja, bei VW-Chef Martin Winterkorn als Jahresgehalt. 17 Millionen im Jahresgehalt für die Winterkorn. Für das Geld hätte VW dem Wulf 85 Jahre lang den Ehrensold auszahlen können. Und das wäre doch eigentlich angemessen gewesen, oder? So als kleines Dankeschön für die Abwrackprämie. Und der Ehrensold ist im Falle Wulf doch auch so eine Art Abwrackprämie. Aber so ist das in der freien Wirtschaft. Sehen Sie, wenn die Konzerne die Bank in den Schwierigkeiten sind, dann muss der Steuerzahler ran. Sobald die wieder richtig Kohle verdienen, dann trösten wir uns damit, dass sie jetzt ja auch wieder Steuern zahlen. Denn der Winterkorn, der muss ja inklusive Soli- und Reichensteuer, muss der ja von den 17 Millionen fast die Hälfte abgeben. Jetzt stellen Sie mal vor, Sie müssen 8,5 Millionen Euro an den Fiskus überweisen. Da kommen einem schon die Tränen, oder? Wenn eben nur 8,5 Millionen netto überbleiben von dem, wofür die Arbeiter am Band geschuftet haben. Und damit bei VW keine Neiddebatte aufkommt, hat VW sich nicht lumpen lassen. Die haben auch an alle anderen Mitarbeiter eine Prämie ausgeschüttet. 7.500 Euro, also nicht für alle. Das wäre ja gerecht. Und so weit kommt das in Deutschland noch. Nein, die Festangestellten, die haben 7.500 Euro Prämie bekommen. Wenn Sie als Leiharbeiter für VW schuften, da bekommen Sie zum Ausgleich dafür, dass Sie weniger Geld verdienen, als die Festangestellten, auch keine Jahresprämie. Denn der kleine Mann hat längst den ganz kleinen Mann im Niedriglohnsektor unter sich. Denn der kleine Mann muss motiviert werden. Er muss ja produktiv sein. Er muss ja die Aktionäre bei Laune halten. Er muss sie ernähren. Und er muss natürlich auch das Geld verdienen, das den Vorstandsbossen und diversen brasilianischen Mütten in ihre Körperöffnung geschoben. Er muss gleichzeitig mit seinen Steuern noch die Rettungspakete bezahlen, die seinen eigenen Arbeitsplatz retten sollen. Die Abfragprämie muss der kleine Mann ja auch mit Steuern bezahlen. Und die Abfragprämie wurde nötig, weil Casino-Kapitalisten bei den Banken sich verspekuliert hatten. Und die Schulden, die wir machen mussten, um die Banken zu retten, die muss der kleine Mann mit seinen Steuern ja auch noch bezahlen. Also der kleine Mann muss sich selbst ernähren. Er muss die Aktionäre bei Laune halten. Gleichzeitig muss er mit seinen Steuern seinen eigenen Arbeitsplatz sichern helfen und die Bankenschmorazer auch noch retten. Das ist der ganz normale Wahnsinn, meine Damen und Herren. Und nun, ja, sind Sie auch so beruhigt? Die eiserne Kanzlerin hat den Fiskalpakt in Europa durchgedrückt. Jetzt ist ja alles gut, jetzt kann ja nichts mehr passieren. Wir kriegen eine Schuldenbremse. Was bremst so eine Schuldenbremse eigentlich? Schulden? Ich meine, nach der Logik müsst ihr eine Handbremse die Hand bremsen. Ich kann Sie beruhigen, eine Schuldenbremse bremst überhaupt nichts. Die soll doch nichts bremsen. Die soll was beschleunigen. Die Schuldenbremse beschleunigt das Wachstum in Europa. Das ist Ihre Aufgabe. Sehen Sie, wir beschleunigen das Wachstum durch eine Vollbremsung. Das ist noch bescheuerter, als es klingt. Aber Sie brauchen keine Angst haben. Es gibt ja gar keinen Fiskalpakt. Nein, es ist ein Fiktivpakt. Die Euro-Länder haben der Merkel doch nur versprochen, keine neuen Schulden zu machen. Seinen Doktortitel hat er noch. Aber nur, weil die Doktorarbeit von Rösler so dünn ist, dass sie da nicht mal einen Plagiat drin verstecken können. Der Rösler glaubt, er hat die Merkel bei der Präsidentenwahl über den Tisch gezogen. Alles, was der erreicht hat, der hat die doch jetzt am Hals. Die Merkel ist doch in solchen Situationen völlig souverän. Nein, die hat doch im Fall Gauck wieder eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht an ihrer Meinung hängt. Die Merkel, die hat doch diese geniale Eigenschaft. Wenn alle vor ihr stehen, auf sie einreden, schimpfen und tobeln, dann dreht die Merkel sie um und sagt, die stehen hinter mir. Sie hat erst gedacht, es nützt ihr, wenn sie den Gauck verhindert. Und dann hat sie gemerkelt, es nützt ihr mehr, wenn sie den Gauck an die Macht bringt. Dabei interessiert die Merkel doch überhaupt nicht, was der Gauck innerlich zu bieten hat. Und es ist auch völlig unwichtig. Und der Gauck hat bei seiner Antrittsrede gesagt, er könne nicht alle Erwartungen erfüllen. Vielleicht erfüllt er auch nicht alle Befürchtungen. Das ist meine Hoffnung. Aber dann habe ich das erste Interview gelesen. Da ging es direkt los. Er will die Bürger mit der Politik versöhnen. Ja, unser pathoslogischer Allgemeinplätzchen-Bäcker will die Bürger mit der Politik versöhnen. Das ist sehr rührend. Herr Gauck, mit welcher Politik wollen Sie mich denn da versöhnen? Mit der Politik von Merkel oder mit der von Rösler? Die NPD macht auch Politik, oder? Und die Bild-Zeitung? Pastor Gauck, Sie können über Wasser gehen. Sie werden mich mit der Politik von NPD und Bild-Zeitung genauso wenig versöhnen können wie der von Merkel und Rösler. Das ist doch wieder mal Quatsch. Das ist doch genau dieses Gesabber. Bürger mit der Politik versöhnen. Der Gauck beherrscht von Natur aus diesen verbalen Durchfall, mit dem die Medien ständig unsere Hirne fluten, meine Damen und Herren. Aber der eine Hohlkopf schreibt das vom anderen ab. Genau wie die Politikverdrossenheit. Diese ewige Rede von der Politikverdrossenheit der Deutschen. Sehen Sie, wenn jemand nicht mehr zur Wahl geht, dann heißt das doch nicht, dass er Politikverdrossen ist. Dann heißt das, dass er nicht das Gefühl hat, da noch irgendeine Wahl zu haben. Vor allem die jungen Leute. Die jungen Leute, die sind ja... Die jungen Leute sind ja nur noch Politikverdrossen. Die interessieren sich ja für gar nichts mehr, außer für das nächste Veräppelprodukt. Deshalb engagieren die jungen Leute sich ja auch bei Attack oder bei Demos gegen Stücke 21 oder bei der Occupy-Bewegung, weil die so desinteressiert sind. Aber wenn Sie als junger Mensch bei Occupy engagieren und gegen den Finanzkapitalismus demonstrieren, dann müssen Sie sich von diesem Gaukler, der uns mit der Politik versöhnen will, anhören, dass solche Demonstrationen unsäglich albern sind. Sie sollen sich nämlich mit der Politik versöhnen, nicht selber darüber nachdenken. Hier ist keiner Politik verdrossen. Wir sind Politiker verdrossen, meine Damen und Herren. Und das völlig zu Recht. Unsere Politiker werfen sich regelmäßig von der Oppositionsbank aus das vor, was sie selber machen, wenn sie auf der Regierungsbank sitzen. Und jetzt bilden Sie alle aus Angst eine Wagenburg gegen die Piraten. Von denen haben Sie Angst, denn da wird richtig diskutiert. Und das kann der deutsche Politiker gar nicht ertragen. Wissen Sie, was das Lustigste an der immer panischer werdenden Reaktion auf die Erfolge der Piraten in den Umfragen ist? Menschen, die ja im ganzen Leben noch nie ein einziges Wahlprogramm gelesen haben, die schimpfen darüber, dass die Piraten keines haben. Ich weiß nicht, was Sie beim letzten Mal gewählt haben. Ich will das auch nicht wirklich wissen. Aber ich wette mit Ihnen, wenn ich Sie jetzt frage, was die von Ihnen favorisierte Partei in Ihrem letzten Wahlprogramm zum Thema Bildung zu sagen hat, dann können Sie nur mit den Schultern zucken. Kein Mensch liest Wahlprogramme, aber die Piraten sollen gefälligst eines haben, damit der Deutsche sagen kann, so was lese ich nicht. Man hat uns daran gewöhnt, Gesichter zu wählen, keine Inhalte. Und etwas Inhaltslehreres als Merkel gibt es überhaupt nicht mehr. Die Frau hat dann noch bei jedem Thema nach ein paar Jahren das Gegenteil von dem getan, was sie vorher vertreten hatte. Wehrpflicht, Hauptschule, Mindestlohn, Rettungsschirm. Immer nach ein paar Jahren sagt sie, nee, wir machen das jetzt doch anders. Sehen Sie, wenn die Merkel das nächste Mal was vorstellt, soll man einfach sagen, Frau Merkel, prima, dann machen wir doch gleich das Gegenteil von dem, was Sie vorschlagen, dann sind wir langfristig auf der sicheren Seite. Das kleine Mann im Niederschlundsektor unter sich. Denn der kleine Mann muss motiviert werden. Er muss ja produktiv sein. Er muss ja die Aktionäre bei Laune halten. Er muss sie ernähren. Und er muss natürlich auch das Geld verdienen, das den Vorstandsbossen und diversen brasilianischen Mütten in ihre Körperöffnung geschoben wird. Er muss gleichzeitig mit seinen Steuern noch die Rettungspakete bezahlen, die seinen eigenen Arbeitsplatz retten sollen. Die Abfragprämie muss der kleine Mann ja auch mit Steuern bezahlen. Und die Abfragprämie wurde nötig, weil Casino-Kapitalisten bei den Banken sich verspekuliert hatten. Und die Schulden, die wir machen mussten, um die Banken zu retten, die muss der kleine Mann mit seinen Steuern ja auch noch bezahlen. Also der kleine Mann muss sich selbst ernähren, er muss die Aktionäre bei Laune halten, gleichzeitig muss er mit seinen Steuern seinen eigenen Arbeitsplatz sichern helfen und die Bankenschmorotze auch noch retten. Das ist der ganz normale Wahnsinn, meine Damen und Herren. Ja, sind Sie auch so beruhigt? Die eiserne Kanzlerin hat den Fiskalpakt in Europa durchgedrückt, jetzt ist ja alles gut, jetzt kann ja nichts mehr passieren. Wir kriegen eine Schuldenbremse. Was bremst so eine Schuldenbremse eigentlich? Schulden? Ich meine, nach der Logik müsst ihr eine Handbremse die Hand bremsen. Ich kann Sie beruhigen, eine Schuldenbremse bremst überhaupt nichts. Die soll doch nichts bremsen, die soll was beschleunigen. Die Schuldenbremse beschleunigt das Wachstum in Europa. Das ist Ihre Aufgabe. Sehen Sie, wir beschleunigen das Wachstum durch eine Vollbremsung. Das ist noch bescheuerter, als es klingt. Aber Sie brauchen keine Angst haben, es gibt ja gar keinen Fiskalpakt. Nein, es ist ein Fiktivpakt. Die Euro-Länder haben der Merkel und nur versprochen, keine neuen Schulden zu machen, weil Mutti sonst den Rettungsschirm nicht aufgespannt hätte. Sehen Sie, dieser Fiskalkakt, das ist der schönste Versprecher, den ich je im Radio gehört habe, meine Damen und Herren. Das ist mein neues Lieblingswort. Der Fiskalkakt, den muss man sich so vorstellen, als wenn Ihnen ein Alkoholiker verspricht, nie wieder einen Schluck zu trinken, wenn Sie ihm endlich was zu essen geben. In diesem Fiskalkakt stehen 40 Ausnahmen, unter denen man doch noch neue Schulden machen darf. Und das ist ja auch richtig so. Denn sonst wäre der Kapitalismus doch am Ende. Wenn die Länder überhaupt keine neuen Schulden mehr machen, wo sollen denn die Kapitalisten, also die Anleger, dann ihr Geld noch anlegen? Wo soll das Geld dann arbeiten? Ich bitte Sie, Geld muss da arbeiten, oder? Das ist doch auch einer von diesen schwachsinn Sprüchen, die wir immer hören. Geld muss arbeiten. Haben Sie schon mal versucht, eine 50-Euro-Scheine-Chip in die Hand zu drücken? Geld kann nicht arbeiten. Arbeiten müssen immer Menschen, um die Zinsen zu erwirtschaften, von denen die Anleger leben. Und Anleger sind es wieder alle. Sie haben eine Altersversorgung, eine private. Wenn Sie keine Riester-Rente haben, haben Sie zumindest eine Lebensversicherung. Das Geld muss doch angelegt werden, oder? Und wissen Sie eigentlich, dass unsere Versicherungsgesellschaften, um die Garantieverzinsung nicht zu gefährden, gesetzlich verpflichtet sind, 90% von allem, was sie da einzahlen, in sichere Staatsanleihen anzulegen? Die Deutschen sparen jedes Jahr Milliarden von Euro in Lebensversicherungen. Haben Sie mal eine Sekunde lang darüber nachgedacht, wo das Geld überhaupt noch angelegt werden soll, wenn die Staaten tatsächlich keine neuen Schulden mehr machen? Denken Sie lieber nicht drüber nach. Sie würden die Politiker völlig verunsichern. Das ist ja das Tolle, dass der Kapitalismus längst von einem schnöden Wirtschaftssystem zu einer Religion mutiert ist. Und eine Religion muss man nicht begreifen, die muss man einfach nur glauben. Sie sehen, Europa und die USA haben dieselbe Wirtschaftskrise und dieselbe Schuldenproblematik. Aber wir in Europa sparen und sparen und sparen und die Amerikaner machen neue Schulden ohne Ende. Die Merkel erzählt uns von morgens bis abends, die Sparpakete sind alternativlos. Und der Obama lacht sich kaputt und macht neue Schulden. Das Gegenteil von dem, was uns helfen soll, hilft den Amerikanern bei der gleichen Krankheit. Das ist Wahnsinn. Der Obama hat dieses Jahr 700 Milliarden Euro neue Schulden gemacht. Letztes Jahr auch. Der macht jedes Jahr so viele neue Schulden, in einem Jahr neue Schulden, wie Griechenland, Spanien und Portugal in 40 Jahren an Staatsschulden insgesamt aufgehäubt haben. Aber die Amerikaner müssen keine Strafzinsen zahlen. Nein, die Amerikaner kriegen immer Geld geliehen. Weil die haben eine Armee, die kommen sich das Geld sonst holen. Der Finanzkapitalismus weltweit und vor allem die amerikanische Währungspolitik haben sich längst komplett von dem abgekoppelt, was in der Realwirtschaft überhaupt möglich ist. Aber das ist das Tolle. Der eine Hohlkopf schreibt es vom anderen ab. Genau wie die Politikverdrossenheit. Diese ewige Rede von der Politikverdrossenheit der Deutschen. Sehen Sie, wenn jemand nicht mehr zur Wahl geht, dann heißt das doch nicht, dass er Politikverdrossen ist. Dann heißt das, dass er nicht das Gefühl hat, da noch irgendeine Wahl zu haben. Vor allem die jungen Leute. Die jungen Leute, die sind ja... Die jungen Leute sind ja nur noch Politikverdrossen. Die interessieren sich ja für gar nichts mehr, außer für das nächste Veräppelprodukt. Deshalb engagieren die jungen Leute sich auch bei Attack oder bei Demos gegen Stücke 21 oder bei der Occupy-Bewegung, weil die so desinteressiert sind. Aber wenn Sie als junger Mensch bei Occupy engagieren und gegen den Finanzkapitalismus demonstrieren, dann müssen Sie sich von diesem Gaukler, der uns mit der Politik versöhnen will, anhören, dass solche Demonstrationen unsäglich albern sind. Sie sollen sich nämlich mit der Politik versöhnen, nicht selber darüber nachdenken. Hier ist keiner Politik verdrossen. Wir sind Politiker verdrossen, meine Damen und Herren. Und das völlig zu Recht. Unsere Politiker werfen sich regelmäßig von der Oppositionsbank aus das vor, was sie selber machen, wenn sie auf der Regierungsbank sitzen. Und jetzt bilden Sie alle aus Angst eine Wagenburg gegen die Piraten. Von denen haben Sie Angst, denn da wird richtig diskutiert. Und das kann der deutsche Politiker gar nicht ertragen. Wissen Sie, was das Lustigste an der immer panischer werdenden Reaktion auf die Erfolge der Piraten in den Umfragen ist? Menschen, die in ihrem ganzen Leben noch nie ein einziges Wahlprogramm gelesen haben, die schimpfen darüber, dass die Piraten keines haben. Ich weiß nicht, was sie beim letzten Mal gewählt haben. Ich will das auch nicht wirklich wissen. Aber ich wette mit Ihnen, wenn ich Sie jetzt frage, was die von Ihnen favorisierte Partei in ihrem letzten Wahlprogramm zum Thema Bildung zu sagen hat, dann können Sie nur mit den Schultern zucken. Kein Mensch liest Wahlprogramme. Aber die Piraten sollen gefälligst eines haben, damit der Deutsche sagen kann, so was lese ich nicht. Man hat uns daran gewöhnt, Gesichter zu wählen, keine Inhalte. Und etwas Inhaltslehreres als Merkel gibt es überhaupt nicht mehr. Die Frau hat dann auch bei jedem Thema nach ein paar Jahren das Gegenteil von dem getan, was sie vorher vertreten hatte. Wehrpflicht, Hauptschule, Mindestlohn, Rettungsschirm. Immer nach ein paar Jahren sagt sie, nee, wir machen das jetzt doch anders. Sehen Sie, wenn die Merkel das nächste Mal was vorstellt, soll man einfach sagen, Frau Merkel, prima, dann machen wir doch gleich das Gegenteil von dem, was sie vorschlagen, dann sind wir langfristig auf der sicheren Seite. Meine Damen und Herren, manche Rätsel lösen sich ja erst mit der Zeit. Zum Beispiel haben Sie sich nicht auch schon mal gefragt, wo die ganzen Milliarden geblieben sind, die wir in die Abfragprämie gepumpt haben, um diese Automobilindustrie zu retten in der großen Krise 2009. 17 Millionen von dieser Abfragprämie, die wir ja mit Milliarden neuer Schulden finanziert haben, sind jetzt wieder aufgetaucht. Ja, bei VW-Chef Martin Winterkorn als Jahresgehalt. 17 Millionen Jahresgehalt für die Winterkorn. Für das Geld hätte VW dem Wulf 85 Jahre lang den Ehrensold auszahlen können. Und das wäre doch eigentlich angemessen gewesen, oder? So als kleines Dankeschön für die Abfragprämie. Und der Ehrensold ist im Falle Wulf doch auch so eine Art Abfragprämie. Aber so ist das in der freien Wirtschaft. Sehen Sie, wenn die Konzerne und die Bank in den Schwierigkeiten sind, dann muss der Steuerzahler ran. Sobald die wieder richtig Kohle verdienen, dann trösten wir uns damit, dass sie jetzt ja auch wieder Steuern zahlen. Denn der Winterkorn, der muss ja inklusive Soli- und Reichensteuer, muss der ja von den 17 Millionen fast die Hälfte abgeben. Jetzt stellen Sie mal vor, Sie müssen 8,5 Millionen Euro an den Fiskus überweisen. Da kommen einem schon die Tränen, oder? Wenn einem nur noch 8,5 Millionen netto überbleiben von dem, wofür die Arbeiter am Band geschuftet haben. Und damit bei VW keine Neiddebatte aufkommt, hat VW sich nicht lumpen lassen. Die haben auch an alle anderen Mitarbeiter eine Prämie ausgeschüttet. 7.500 Euro, also nicht für alle. Das wäre ja gerecht. Und so weit kommt das in Deutschland noch. Nein, die Festangestellten, die haben 7.500 Euro Prämie bekommen. Wenn Sie als Leiharbeiter für VW schuften, dann bekommen Sie zum Ausgleich dafür, dass Sie weniger Geld verdienen als die Festangestellten, auch keine Jahresprämie. Denn der kleine Mann hat längst den ganzen... Dankeschön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Kabarett und Kleinkunst hier bei uns im Studio. Ich darf wieder Gäste begrüßen. Und zwar Gäste, die noch lange nicht so bekannt sind, wie sie es eigentlich verdient hätten. Und Sie wissen, wer in diesem Land bekommt schon das, was er verdient hat. Sehen Sie, der eine verdiente Tracht Prügel kriegt stattdessen einen fetten Ehrensold. Die anderen reiben Sie an der Front im Krankenhaus, im Altersheim auf. Und was bekommen Sie statt einer Lohnerhöhung? Einen kleinen Inflationsausgleich. 6,5% mehr Lohn im öffentlichen Dienst, das hört sich super an, ist aber auf zwei Jahre verteilt. Im ersten Jahr begibt es nur 3,5% mehr. Und wenn Sie davon mal die Sozialversicherungsbeiträge und die Steuern abziehen, da landen Sie bei knapp über 2% netto mehr für die Menschen. Und das ist genau unsere Inflation. Das heißt, der ganze Arbeitskampf im öffentlichen Dienst, inklusive Warenstreiks, hat gerade mal dazu geführt, dass die Menschen nicht weniger im Portemonnaie haben, als im Jahr davor. Das nennen wir dann in der Presse einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Und den muss man auch genommen haben, um so was schreiben zu können. Als Ausgleich bekommt das Volk dafür den Bundespräsidenten, den es gewollt hat, den Bundespräsidenten der Herzen. Ich hätte ja so gerne mal einen fürs Hirn gehabt, aber... Mehrheit ist Mehrheit und das ist in der Demokratie auch gut so. In Deutschland geht Pathos immer noch vor Inhalt, meine Damen und Herren. Und jemand wie der Gauck, der das Pathos so schön knattern lassen kann, der muss sich einfach gar keine Sorge um den Inhalt machen. Sehen Sie, mit Bestrahlung tötet man Tumorzellen, mit Ausstrahlung tötet man Hirnzellen. Und Leute wie der Gutenberg und der Gauck, die sind dem Volk beliebt, weil die haben diese Ausstrahlung. Da achtet überhaupt keiner drauf, was die sagen. Sehen Sie, so ein Westerwelle, der hat nie eine Ausstrahlung gehabt. Da hören die Leute zu und die gruseln sich. Der Westerwelle hat doch in seinen besten Augenblicken gewirkt, wie so verkrampfter Oberstufensprecher. Und deshalb hier der Generationswechsel in der FDP jetzt haben Sie diesen Unterstufensprecher genommen. Da musste man sie erst mal umstellen. Ich meine, die Westerwelle konnte man hassen. Den Rösler wollte man spontan ja erst mal so in den Arm nehmen. Dieser Bambi-Effekt. Komm, Kleiner, das ist alles nicht so schlimm, das wird schon. Du wächst noch, was man so erzählt, wenn man einflößt. Aber jetzt nach einem Jahr wissen wir, der wächst nicht mehr. Auch nicht an seiner Aufgabe. Seinen Doktortitel hat er noch, aber nur, weil die Doktorarbeit von Rösler so dünn ist, dass er da nicht mal ein Plagiatrin verstecken können, meine Damen und Herren. Der Rösler glaubt, er hat die Merkel bei der Präsidentenwahl über den Tisch gezogen. Alles, was der erreicht hat, der hat die doch jetzt am Hals. Die Merkel ist doch in solchen Situationen völlig souverän. Die hat doch im Fall Gauck wieder eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht an ihrer Meinung hängt. Die Merkel, die hat doch diese geniale Eigenschaft. Wenn alle vor ihr stehen, auf sie einreden, schimpfen und tobeln, dann dreht die Merkel sie um und sagt, die stehen hinter mir. Sie hat erst gedacht, es nützt ihr, wenn sie den Gauck verhindert. Und dann hat sie gemerkt, es nützt ihr mehr, wenn sie den Gauck an die Macht bringt. Dabei interessiert die Merkel doch überhaupt nicht, was der Gauck innerlich zu bieten hat. Und es ist auch völlig unwichtig. Und der Gauck hat bei seiner Antrittsrede gesagt, er könne nicht alle Erwartungen erfüllen. Vielleicht erfüllt er auch nicht alle Befürchtungen. Das ist meine Hoffnung. Aber dann habe ich das erste Interview gelesen, da ging es direkt los. Er will die Bürger mit der Politik versöhnen. Ja, unser pathoslogischer Allgemeinplätzchen-Bäcker will die Bürger mit der Politik versöhnen. Das ist sehr rührend. Herr Gauck, mit welcher Politik wollen Sie mich denn da versöhnen? Mit der Politik von Merkel oder mit der von Rösler? Die NPD macht auch Politik, oder? Und die Bild-Zeitung? Pastor Gauck, Sie können über Wasser gehen. Sie werden mich mit der Politik von NPD und Bild-Zeitung genauso wenig versöhnen können wie der von Merkel und Rösler. Das ist doch wieder mal Quatsch. Das ist doch genau dieses Gesabber. Bürger mit der Politik versöhnen. Der Gauck beherrscht von Natur aus diesen verbalen Durchfall, mit dem die Medien ständig unsere Hirne fluten, meine Damen und Herren. Aber der Kapitalismus, der ist so organisiert, dass die einen dran verdienen dürfen und die anderen dran glauben müssen. Und dran glauben müssen die, die das Geld erwirtschaften müssen, dass die bekommen, die es nicht verdient haben. Das ist ganz einfach. Die kleinen Leute müssen jedes Jahr noch produktiver arbeiten, um die Riesengewinne zu erwirtschaften. Und noch produktiver und noch produktiver im Niedriglohnsektor. Dabei habe ich nie verstanden, was Produktivität und all dieses ewige immer höher, schneller, weiter und noch mehr mit einem natürlichen Leben zu tun hat. Sehen Sie, so ein Löwe. Der jagt eine Antilope, dann frisst er die und dann legt er sie schön in die Sonne und genießt das Leben. Das ist ein Leben. Der Löwe kommt doch nicht auf die Idee zu sagen, Moment mal, ich habe für die Antilope jetzt gerade 10 Minuten gebraucht. Wenn ich mich ranhalte, schaffe ich heute noch 6. Das kann ich morgen frei machen. Der Löwe ist doch nicht blöd. Der hat doch nicht BWL studiert. Der Löwe weiß ganz genau, an seinem freien Tag wird er einen Kühlschrank bauen müssen, um die Antilopen frisch zu halten. Und am nächsten freien Tag muss er noch mehr Antilopen jagen, die er dann eintauscht gegen den Strom, um den Kühlschrank zu betreiben. Deshalb liegt der Löwe in Ruhe, in der Sonne und genießt das Leben. Nur der Mensch, der lässt sich einreden, dass er jedes Jahr noch mehr Antilopen pro Tag erlegen muss, um sich jedes Jahr auch noch das neueste Kühlschrankmodell leisten zu können, meine Damen und Herren. Das sind wir hier. Nun ja. Ja, meine Damen und Herren, das war es schon wieder heute Abend hier bei Pispos und Gäste. Heute Abend... Dankeschön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Kabarett und Kleinkunst hier bei uns im Studio. Ich darf wieder Gäste begrüßen und zwar Gäste, die noch lange nicht so bekannt sind, wie sie es eigentlich verdient hätten. Und Sie wissen, wer in diesem Land bekommt schon das, was er verdient hat. Sehen Sie, der eine verdiente Tracht Prügel kriegt stattdessen einen fetten Ehrensold. Die anderen reiben Sie an der Front im Krankenhaus, im Altersheim auf und was bekommen Sie? Statt einer Lohnerhöhung einen kleinen Inflationsausgleich. 6,5% mehr Lohn im öffentlichen Dienst, das hört sich super an, ist aber auf zwei Jahre verteilt. Im ersten Jahr begibt es nur 3,5% mehr. Und wenn Sie davon mal die Sozialversicherungsbeiträge und die Steuern abziehen, da landen Sie bei knapp über 2% netto mehr für die Menschen. Und das ist genau unsere Inflation. Das heißt, der ganze Arbeitskampf im öffentlichen Dienst inklusive Warenstreiks hat gerade mal dazu geführt, dass die Menschen nicht weniger ein Portemonnaie haben als im Jahr davor. Das nennen wir dann in der Presse einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Und den muss man auch genommen haben, um sowas schreiben zu können. Als Ausgleich bekommt das Volk dafür dem Bundespräsidenten, den es gewollt hat, dem Bundespräsidenten der Herzen. Ich hätte ja so gerne mal einen fürs Hirn gehabt, aber... Mehrheit ist Mehrheit und das ist in der Demokratie auch gut so. In Deutschland geht Pathos immer noch vor Inhalt, meine Damen und Herren. Und jemand wie der Gauck, der das Pathos so schön knattern lassen kann, der muss sich einfach gar keine Sorgen um den Inhalt machen. Sehen Sie, mit Bestrahlung tötet man Tumorzellen, mit Ausstrahlung tötet man Hirnzellen. Und Leute wie der Gutenberg und der Gauck, die sind im Volk beliebt, weil die haben diese Ausstrahlung. Da achtet überhaupt keiner drauf, was die sagen. Das ist so ein Westerwelle. Der hat nie eine Ausstrahlung gehabt. Da hören die Leute zu und die gruseln sich. Der Westerwelle hat in seinen besten Augenblicken gewirkt wie so verkrampfte Oberstufensprecher. Und deshalb ja der Generationswechsel in der FDP. Jetzt haben sie diesen Unterstufensprecher genommen. Da musste man sie erst mal umstellen. Die Westerwelle konnte man hassen. Den Rösler wollte man spontan ja erst mal so in den Arm nehmen. Dieser Bambi-Effekt. Komm, Kleiner, das ist alles nicht so schlimm. Das wird schon. Du wächst noch, was man so erzählt, wenn man einflüsst. Aber jetzt nach einem Jahr wissen wir, der wächst nicht mehr. Auch nicht an seiner Aufgabe.